Herzlich willkommen bei O2, mein Name ist Stefan. Du hast dir ein neues Samsung Smartphone zugelegt, weißt aber du nicht, wie du die Daten von deinem alten auf dieses neue Smartphone rüber bekommst? Kein Problem, ich zeige dir wie es geht. Dazu nutze ich heute das Samsung Galaxy S7 sowie das neue Samsung Galaxy S10e. Zuerst benötigen wir dafür die App Samsung Smart Switch. Diese ist grundsätzlich auf jedem Samsung Smartphone vorinstalliert. Sollte dies nicht der Fall sein, geh einfach in den Play Store, suche Samsung Smart Switch und installiere die App auf deinem Smartphone. Übrigens, die App gibt es auch für jedes andere Android Smartphone, sodass du deine Daten jederzeit auf dein neuestes Samsung Smartphone übertragen kannst. Nach dem Starten der App musst du lediglich die Nutzungsbedingungen zustimmen und die hier angezeigten Berechtigungen freischalten. Das war es auch schon mit der Vorbereitung auf deinem alten Telefon. Kommen wir nun zu deinem neuen Samsung Smartphone. Dort startest du die App, indem du ins Menü gehst, dort die Einstellungen öffnest, etwas nach unten scrollst und den Punkt Konten und Sicherungen anklickst. Ein Klick auf Smart Switch und auch hier startet die App. Nachdem nun auf beiden Geräten die App Samsung Smart Switch gestartet wurde, kann die Datenübertragen beginnen. Wähle auf dem alten Gerät Daten senden und nun noch einmal drahtlos. Über Hochfrequenz Audio wird eine Verbindung zu deinem neuen Galaxy Smartphone hergestellt. Wähle nun noch aus, welche deine Daten auf das neue Gerät übertragen werden sollen und klicke auf Senden. Mit einem letzten Klick auf Empfangen auf dem neuen Gerät startet die Datenübertragung. Diese kann nun je nach Menge der zu übertragenen Daten einige Minuten in Anspruch nehmen. Das war es auch schon. So schnell sind alle deine Daten von deinem alten auf dein neues Smartphone übertragen worden. Sogar der Startbildschirm sieht nun wieder aus wie früher. Im Hintergrund werden nun die Apps aus dem Playstore heruntergeladen und nachträglich installiert. Dies kann eine hohe Datenmenge verbrauchen. Solltest du bisher keinen Auto-Free-Tarif haben, empfehle ich dir dafür eine WLAN-Verbindung einzuschalten. Hättest du vorher gedacht, dass die Übertragung deiner Daten so schnell und unkompliziert geht? Falls du weiterhin Videos wie dieses sehen möchtest, abonniere doch gerne unseren Kanal. Tschüss, dein Stefan Vielen Dank. Vielen Dank.